Ja, das muss man schon aufweifeln. Terence Kongolo muss sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ganz schön dünnes Eis für ihn. Was für ein geiles Ding! Jetzt ist er drin! Und der Konter läuft! Er sucht seinen Mitspieler. Aber Astrein vom Ball getrennt. Er schießt! Der ist drin! Stimmabscheiz hätte das Tor machen können, aber er scheitert. Er hält drauf! Er trifft! Und dann steht der Pfosten im Weg. Ganz, ganz bitter! Gagliardini! Andres Silva! Versucht den Pass da durch die Gasse. Den muss das! Und es ist passiert! Da kommt die Flanke. Einfach mal weggedroschen. Mondi! Und den Pass da durch die Gasse. Da ist die Treffer, versenkt. Mit einer ganz starken Aktion, wenn er hier durchgekommen wäre, das hätte ein Tor. Tor! Will ihn da durchstecken, er zieht in Richtung Tor. Probiert's, ein super Tor! Kandreva hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Ben Yedda ist die Chance! Jetzt ist er drin! Aber sie stehen natürlich defensiv deutlich wackelnder. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er zieht durch! Da ist es passiert! Er schützt sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Und mit einer Zwei-Tore-Führung geht's nun weiter. Damit haben wir jetzt ein ganz anderes Spiel. Ich bin gespannt, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen. Und noch ein Tor! Unfassbar, unfassbar! Der Ball ist im Netz! Abgefangen! Gut gemacht! Gut abgelaufen! Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! Und der Pass, er versucht's! Lecomio! Der schießt wie ein Donnerschlag! Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Damit ist die Führung auf drei Tore angewachsen. Er springt... Boah, Freunde, was? Versucht die Gasse zu finden. Jetzt aber! Na bitte, Tor! Da hinten, so bockstark. Atalanta. Stellt das Mittelfeld zu und erobert die Bälle praktisch nach Berlin. Wigel, dann durch. Und ein Schuss! Ein super Tor! Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Und damit steht's 2 zu 0. Das ist jetzt ein ganz... Da ist die Chance! Er trifft! Macht er den? Er schießt! Der ist drin! Hier. Sucht seinen... Er hält drauf! Abprall... Und noch ein Tor! Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Das könnte... Und drin ist er! Lars Bender. Hier ist Batshuay. Versucht den Pass da durch die Gasse. Jetzt! Und er trifft! Für sich selbst den Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Jetzt! Der Abschluss! Und noch eine Chance! Lecomio! Der schlägt ja ein... Schaut ihr das an! Da applaudiert sogar ein Teil der gegnerischen Fans. Und womit? Mit Recht! Die hohe Schule der Weitschuss... Da ist die... Boah, Freunde! Was für ein Wunder... Er treibt den Ball durch. Hier ist Batshuay. Batshuay sucht seinen Mitspieler. Abgefahren. Gut gemacht. Da tankt er sich durch. Der Ball ist... Riese! Und drin ist er! Jetzt! Bei wem der wohl landet? Er ist da, wenn sie ihn brauchen. Das ist schlitzohrig. Jetzt noch ein super Tor! Führungsverteidiger. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Wunderbarer Einsatz. Ein sensationelles Tackling. Und das in einer solchen Situation. Definitiv keine Selbstverständlichkeit. Führungsverteidiger. Da ist die möglich. Jetzt ist er drin! Gut möglich, dass das ihr letzter Angriff ist. Den müssen sie sauber zu Ende spielen. Deroen. André Silva. Versucht die Gasse zu finden. Und weg ist er. Müller. Er bringt ihn. Fortschritte. Fortschritte. Ein Ball nach vorne. Und er ist zur Stelle. Er probiert es mal mit dem Heber. Gut. Kommt der an? Er ist da, wenn sie ihn brauchen. Er zieht... Und Tor! Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Die Passgenauigkeit ist miserabel. Versucht jetzt. Der Ball ist im Netz. Silva. André Silva. André Silva. Jetzt. Und noch ein Tor! Und damit hat er den Hattrick entzielt. Dem gelingt heute einfach alles, wenn der mich nach dem Spiel ins Spielcasino einlehnt. Probiert. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Ja, schickes Zusammenspiel. Gut gesehen und sehr. Er versucht es. Versucht den Pass da durch die Gasse. Da geht das könnte was... Ein super Tor! Aber es sieht zumindest besser aus. Ohne Zweifel. Ein erstklassiger Abschluss. Das war eine 1A-Körpertäuschung. Er hat sich... Jetzt ist er drümmen. Los Sensation.